Ich habe irgendwie Lust zu drehen. Hast du Lust? Kannst du noch was mit wollen? Nein! Doch. So, Freunde von Nice, Freunde. Ja, es ist die Wally, es ist das Jahr, Bercht-Lager-Stadt 566 in Köln-Holweide. Das ist die Boutique Ola Lamu, wo wir jetzt sind. Und wir haben jetzt nur noch zwei Tage, zwei Tage. Das ist der Freitag und der Samstag. Den Samstag machen wir extra länger, bis 18.40 Uhr, aber sie sind geteilt, denn wir konnten es nicht einmal gemacht. Und ich hoffe, ihr könnt euch auch nicht mit uns trennen. Aber wir haben dann gedacht, okay, wir machen ja den Freitag und den Samstag. Haben wir gesagt, eine kleine Überraschung. Das ist dann hier. Wir verraten noch nicht, was draufkommt. Nein. Es sind zwar keine Erdwände draufkommt, aber es sieht schon mal ganz toll aus. Wer weiß, vielleicht ja doch, man weiß es nicht. Wer weiß es nicht. Also, ehrlich gesagt, erwarte ich an euch so ein kleines Dankeschön von mir an euch. So einen kleinen Umtun, hatte ich gedacht, noch nebenbei. Wenn ihr so shoppen tut, oder ihr könnt auch so manches sagen. Und dann mit so ganz kleinen Fingerfood, Häppchen. Und Sekt und alkoholfreie Getränke. Und Sekt und alkoholfreie Getränke, haben wir dann gedacht, weil wir haben auch Autofahrer. Genau. Aber was da draufkommt, verraten wir nicht, du müsst hier vorbeikommen. Genau. Und jetzt sind wir zu euch. Freitag und Samstag bis 8, von 10 bis 18 Uhr. Genau. So. Und das ist noch nicht alles. Nicht? Nicht. Denn ab morgen geht es hier richtig los. Was passiert denn? Ja, dann haben wir alles, was hier hängt. Sie hat noch keinen Sekt getrunken. Die ist immer schön so. Die ist immer so. Normaler. Ui, du hast ja auch ganz viel Deko reingetan. Ja, die Sachen, die ihr da seht, und die hängen, die Fechen, die Mode, von S bis 8. Schaut mal, wie viel das noch ist. Zeig euch das wollen. Ja, das sind fast 200 Teile noch. Von S bis XL, XXL, die wir da haben. Wir haben Hosen noch am Oberteil, das sind die Jacken noch da. Und wie ihr da auch seht, also kurze Sachen haben wir. Die Sommersachen haben wir auch noch dazwischen. Die sind für euch 5 Euro. Und was hier alles hängt, ist dann auch alles von 9,29 und so weiter. Jetzt nur noch 10 Euro. 10 Euro. Urteil 10 Euro. Und das ist aber noch nicht alles. Guck mal, ihr wisst ja, haben wir diesen geilen Alt-Silber-Schmuck oder Sterling-Schmuck. Whatever. 3 Euro pro Stück. Genau. 3 Euro. Dieser super Ring ist ja nicht klasse. Für 3 Euro bekommt ihr den. Ihr kamen normalerweise 8 Euro. Die anderen 11, 15, 15 Euro, 20 Euro und was für alles die lieb. Pro Haarbohrringe für euch 3 Euro. Und diese super tollen Tatzenringe mit Türkisen Stein. 3 Euro. Sehr liebselber. 3 Euro. Also für 3 Euro könnt ihr euch hier so auch die Gewünsche geben. Und was viele auch noch nicht wissen, weil du verkaufst ja auch deinen Schreibtisch. Wie viel nimmst du denn dafür? Ja, ich verkauf auch meinen Schreibtisch. Patsch. Dieser große, die Kasse kriegt ihr nicht mehr, die ist schon vergriffen. Genau. Also dieser große Schreibtisch mit 1, 2 Schubladen, mit 3 Schubladen, eine schöne Türe. Die musst du ausformen. Ja. Also ist hier unten runter, da gibt es noch Material noch drin. Türe, Schublade, hier auch Schublade. Voll spannend. Schublade, ja. Ja, voll spannend. Für euch, der kam für 3 Monate, oder über 3 Monate, weil der war sehr teuer. Für euch für 20 Euro. Yay. Also für 20 Euro könnt ihr diesen Supergeschreibtisch haben. Ja. Und die Tische, die ihr auch noch nicht vergeben könnt. Also erst so 1, 2, 3 Tische. Genau. Dann können wir noch einander machen, wie so ein tapisiertisch. Optimal für euch. Besonders denkt dran, wenn ihr jetzt kommt wieder früh liegt, dann sagt ihr, wo ihr den Tisch habt. Oder wie auch zum Camping. Optimal. Ja, richtig, oder wenn ihr Flurmarkt macht oder so. Flurmarkt Camping, das ist ein optimaler Faller Tisch. Also die 3 zusammen, also alle 3 zusammen, 20 Euro. Ja, besser geht's nicht. Weil der ist auch ein Hammerpreis. Voll gut. Ja. Dann, ja, wer hat es gleich in noch ein Stück, diese Kundenstücke haben möchte. Einmal steht, die Folie, die Folie, die Folie, ja. Könnt ihr euch selber dran machen. Genau, könnt ihr selber dran machen, das ist ja eigentlich noch in Ordnung. Und dann packt noch gut, hier die Seitenpackung auch noch ganz gut und auch. Also vielleicht braucht ihr sowas, wenn ihr auf dem Klo macht, dass ihr da was draufschafft und dann anarbeitet. Also 5 Euro könnt ihr den Kundenstopper haben, die kostet nicht weiter 100 Euro. Genau. So, die, ja, das und das ist. Ja, dann später. Die Stühle. Die Stühle braucht, die könnt ihr geschenkt haben. Genau. Ja, überlegt mal, geschenkt, Freunde, hört euch das mal an. Ja, also die super Klackstühle, die können geschenkt haben. Ja, geil, oder? Ja, okay, ich brauche jetzt noch so Badinen, ja. Vorhänge. Vorhänge, vielleicht, okay, das könnt ihr haben. Könnt ihr auch geschenkt haben. Könnt ihr auch geschenkt haben. Dann haben wir für euch hier noch ein großes Regal. Ein großes Regal. Also, die müssen angst, ja, schwarz. Ein großes Regal, jetzt nur 15 Euro. 15 Euro habt ihr dieses Regal, das könnt ihr auch alles nochmal verstellen und könnt ihr Deko reintun, und ihr könnt da präsenten CDs oder was weiß ich, irgendein Freund könnt ihr da reintun. Also 15 Euro habt ihr diesen Regal-Chunk, der ist speziell noch bei euch da. Ja. Ja, das war hier weg. Die meisten Deko sind Fenster, Freunde, die zeige ich euch später. Ja, dann haben wir auch nochmal diese Suppenkeller. Wisst ihr doch. Vier Stück, einer Porzellan, kennt ihr ja schon. Wie viel nimmst du? Zehn Euro, vier Stück zusammen. Genau. Ja. Zwei Kristallgläser, vier Euro und immer pro zwei Euro. Das ist aber auch echtes Bleikristall. Genau. Ist auch ganz süß, wie ihr das seht, mit dem Vögelchen drinnen. Also, es sind ganz süße Gläser, die Kontak-Gläser. Oder dieses Pentagram. Hier ist das echt. Pentakel. Pentakel oder Pentagram. Ja. Für unsere Esoterik-Fans. Für unsere Hexenfreunde. Für unsere Hexenfreunde, genau. Ist dieses Teil, geht es mittlerweile nur noch zehn Euro. Genau. Schweine teuer. Die sind wirklich scheiße teuer. Die sind schweine teuer. Ja, so ein Stöfchen, ein Duftstöfchen. Wir kennen das ja. Eine Lampe rein. Und dann scheint hier die Eigelchen. Das ist auch Porzellan. Und dann kann die auch ein bisschen Parfüm und dann duftet das so. Euer Lieblingsparfüm oder Duftlöcke könnt ihr da rein nehmen. Wie viel nimmst du dafür? Ja, zehn Euro. Diese beiden Figuren zusammen, ein Euro, würde ich sagen. Kommt, die Figuren kriegt ihr so. Oder die kriegt ihr sogar so. Wow, ey. Ja, dann haben wir hier noch, also mit Teekerze drinne, ein Euro pro Teil. Das, das hier ist ein Euro. Genau. Und die Uhr. Jetzt habt ihr eine super tolle Uhr hinten. Die ägyptische Uhr. Ägyptische Uhr hinten mit Batterie drinne. Schaut mal, sieht doch echt super aus. Für nur zehn Euro. Okay, Freunde. Also hier haben wir für eure 24 Kaffee, das ist hier. Da sind Tassenballen, Kaffee-Tassen, da sind Untersetzerballen, wie ihr auch seht, hier ganz tolle Schüsseln. Das ist alles Duralex. Duralex heißt, das ist hitzebeständig. Das ist auch sogar Mikrowellen geeignet. Normalerweise kommen die Duralex-Sachen, die liegen durch in über 50 Euro. Aber bei uns bekommt ihr die für 20 Euro. Was machst du mit dem Lachen? 44 Teil des Duralex. Ja, hier haben wir ein Backlamp. Bitte hört, ist kein Plastik. Die liegen auch im Durchschnitt 20 bis 24 Euro und die bekommt ihr bei uns für 3,50 Euro. Wow. Also ganz tolles Backlamp. Und das klebt auch nichts an. Also die sind wirklich super toll. Ja, und der ist dann gemütlich. Ihr kennt es vom Weihnachtsmarkt, diese kleinen Drachen. Das heißt, ihr tut ein bisschen Brennöl rein. Dann hier vorne zwei Dorte rein. Durch die Nase, ein Treff und eins links. Macht es oben an, da kommen so kleine Flämmchen auf und ihr habt wirklich eine ganz, ganz romantischen, schöne. Und das ist warm. Könnte sein, ja. Ja, dann hier die Puppe. So wie sie ist, auch angezogen, so niedlich wie die jetzt aussieht. Das ist eine Schaufelzerpuppe, die liegen normal 139 Euro. Das ist der Preis dabei, damit die nicht unverschämt. Und diese Puppe, die ist kaum gebraucht, ist kein Kratzer, gar nichts an. Ihr seht es aber auch schon. Die kommt jetzt nur noch 50 Euro mit der Halterung dabei, die daneben ist. Ja, und das kleine Hinsen ist Handarbeit, ist aus Holz, liegen durch um die 30 und kommt bei uns jetzt nur 5 Euro. So, wie ihr seht, haben wir für euch mega, mega tolle Preise. Also die Tassen, die da stehen, die kann ich euch jetzt nicht so gut zeigen, die sind jetzt 1 Euro. Ja, okay, Tassen sind so Weihnachtstassen oder Yu-Gi-Oh-Tassen, das Haus, ein Nubis, viele kennen das noch. Ja, 1 Euro. Also die Jungzeit, jedenfalls diese Tassen, die kosten jetzt von 8 Euro. Jetzt nur noch für euch auf 1 Euro. Also Kinder, es lohnt sich hier vorbeizukommen, es lohnt sich hier richtig mal wieder zu shoppen, hier richtig mal, ja, hier alles freizuräumen, denn alles muss jetzt raus. Also tut mir keinen Gefallen, wenn die Sachen jetzt hier ohne bleibt, alles muss raus, freut den Laden mit aus, ich freue mich auf euch. Helft uns. Und wir fangen, und als kleines Dankeschön, wisst ihr, gibt es dann von mir in der Kleinigkeit zur Stärkung, damit man auch besser heben kann, sagen kann, boah, die Tassen ist schwer, dann tun wir es uns als Stärken, was Leckeres trinken. Wir hoffen, dass ganz viele von euch vorbeikommen, so viel wie möglich. Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr. Auch bis 18 Uhr, ja. Und was wir nicht wissen, wir haben ja noch die Yu-Gi-Oh-Karten, 50 Cent, 10 Stück. Genau. Für 50 Cent, 10, nee, doch. Ja, wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, kommt vorbei, ich freue mich auf euch und wir sagen wieder noch, bis morgen oder bis übermorgen. Ciao.